Hallo liebe 690-Fans, ich bin's, Marlon Sündermann. Ich bin dieses Jahr in Deutschland geblieben, war an der Ostseeküste in Grümitz und auf Sylt. Das ist nicht ein Song, das ist die Playlist Top 50 Deutschland. Das ist Zartbitterschokolade. Ganz klar Maschee, als Hannoveraner muss er Maschee immer sein, wenn die Sonne scheint. Ich bin der mit dem klaren Kopf und eher der ruhigere.